Heute Lena Gerke wollte ihren Partner Dustin Schöne pranken. Die ist ja gerade hochschwanger und hat deswegen für jeglichen Unsinn Zeit. Der Prank hätte von mir sein können. War er unlustig und doof? Nein, aber er ist schiefgegangen. Oh Mann! Das sieht aus wie ein Bild mit Frühstück. Das sieht aus wie ein Bild mit Frühstück.